Auf jeden Fall Leute, jetzt kommt die Frage, auf die ihr alle gewartet habt. Wann kommt das Musikvideo online, Leute? Und jetzt haltet euch bitte an euren Stühlen fest, Leute. Alles klar, das ist der merkwürdigste Start des Tages, ist am Start. Ihr seid mal wieder auf meinem Kanal angekommen, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt. Leute, heute gibt es ein kleines Ankündigungsvideo. Ich bin mega, mega gespannt, dieses Video zu machen, denn ich werde heute ein paar Sachen über mein Musikvideo, was bald kommen wird, releasen. Leute, falls ihr es noch nicht wisst, es wird bald ein Musikvideo auf meinem Kanal online kommen, Leute. Erstmal, Leute, vorab, was ist auf diesem Kanal die letzten Tage passiert, Leute? Das war der krasseste Content, den ich jemals hatte. Ich habe so viele coole Unterstützung bekommen von Firmen, mega geile Videos machen können. Und Leute, es wird nicht aufhören und nächste Woche wird... What the fuck? Aber Leute, dazu kommt auf jeden Fall ein anderes Video. Es wird ein mega fettes Projekt. Ich habe es lange angekündigt, die Ferien werden die geilsten Ferien, glaube ich, meines Lebens, Leute. Es wird mega, mega cool, auf jeden Fall. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde jeden Tag natürlich vloggen, Leute. Daily Vlogs, Leute, ihr wisst Bescheid. Das wird scheiße anstrengend. Aber es ist mir egal, Leute. Ihr wisst, Leute, auf HeyMos kommt immer das beste, schnellste, weiteste, lauteste. Ich mag deine Schuhe. Deine Schuhe sind wirklich schön. Lasse. Also Leute, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr es auf jeden Fall machen. Die letzten Tage waren crazy. Wir sind fast vor den 200.000 Abonnenten. Da hast du auch noch später was. Aber Leute, jetzt geht es erst mal los mit dem Video. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht komplett nur scheiße labere. Wie sonst. Ja gut, ich labere jetzt wahrscheinlich auch nur noch scheiße. Hello. Gehen wir mal ein Jahr in der Zeit zurück. Ein Jahr. Genau heute vor einem Jahr. Ich hatte vielleicht 5.000 Abonnenten oder so. Und ich hätte niemals gedacht, dass es wirklich so krass abgehen könnte. Ah, vielleicht aber doch. Leute, ich habe mir wirklich jeden Tag, jeden Tag das Ziel gesetzt. Ich möchte unbedingt meinen Traum durchziehen, fette Videos zu produzieren, geile Sachen testen zu dürfen. Zu jedem Jahr zu sagen, was man Ja sagen kann, Leute. Und guckt euch meinen Kanal an, was ich dir das letzte Jahr gemacht habe. Ich habe so viel kranke Scheiße gemacht, Leute. Ich habe jeden Tag, jeden Tag sitze ich hier oder wo auch immer und schneide 3 bis 4 Stunden an diesen Videos, Leute. Und ich arbeite jeden Tag dafür, um dieses Ziel noch weiter zu erreichen, Leute. Jetzt bin ich aber bei 200.000 Abonnenten und habe schon so viel geile Scheiße erlebt. Und wir sind noch lange, lange nicht am Ende, Leute. Meine Ziele sind noch größer geworden. Ich bin mega, mega Hype, die zu erreichen, Leute. Viele fragen mich immer, wie wird man denn so erfolgreich und bla bla bla. Leute, zieht einfach durch, wirklich. Überlegt euch, was ist euer Ziel. Überlegt, findet euer Ziel und dann zieht einfach durch, Leute. Zieht einfach motherfucking durch. Das ist kein Witz, das hört sich so einfach an. Das Ziel ist immer vor den Augen, Leute. Es ist immer da. Ihr müsst einfach nur durchziehen. Es kann mal länger dauern, es kann aber auch immer tief bergab gehen. Bei mir war ja letztens auch die Zeit, wo ich zwei Strikes hatte und es mega bergab gegangen ist bei mir. Und nächste Woche habe ich doch einmal 8.000 Abos am Tag gemacht. Leute, es kann immer alles passieren, aber ihr müsst einfach nie aufgeben. Ihr dürft niemals aufgeben, auch wenn es total scheiße aussieht, die Situation. Macht einfach jeden Tag was, Leute. Wirklich, ohne Witz. Ich kann es euch einfach nur empfehlen, Leute. Also, das wollte ich noch kurz sagen. Es wird ein mega krasses 200.000 Abonnenten-Special kommen. Ähm, ja. Ja, das ist nämlich das Musikvideo, Leute. Und dieses Musikvideo ist, äh, ich kann euch ein paar Sachen über das Musikvideo schon erzählen, Leute. Und zwar, Numero Uno ist, ähm, ja, das Musikvideo wird eine Parodie. Ich werde eine Parodie machen, Leute. Es wird ein mega cooler Mix sein. Ähm, ich werde natürlich selber singen, Leute. Cringe ist schon mal Frau programmiert. Und, äh, ja, es wird wieder so ein Cover. Nicht so ein, wirklich eine Parodie sein. Mega, mega random. Vielleicht auch lustig. Manche Leute finden es auch wahrscheinlich von euch lustig. Ich hoffe, ihr findet es auch lustig. Ich finde es echt lustig. Ich habe mir den Text geschrieben und denke mir so, was tue ich hier, Leute? Mega, mega kranker Scheiß. Auf jeden Fall, Leute. Jetzt kommt die Frage, auf die ihr alle gewartet habt. Wann kommt das Musikvideo online, Leute? Und jetzt haltet euch bitte an euren Stühlen fest, Leute. Es wird irgendwann nächste Woche kommen. Jawohl! Leute, es wird einfach irgendwann nächste Woche online kommen. Ähm, mit dem geilen Projekt verbunden. Wir werden das da aufnehmen. Wir werden heftige Scheiße machen. Und ich werde es produzieren. Und ja, nächste Woche, Leute, ist es auf jeden Fall am Start. Ich bin heftig hyped. Donnerstag gibt es auch nochmal was richtig krasses anzukündigen mit euch. Für euch. Ähm, das wird dann aber dann. Ich werde das so ein bisschen weiter releasen, Leute. Wir haben echt so viel geplant. Wir haben so viel Geld in die Hand genommen. Und das einfach zu realisieren, Leute, was wir da machen wollen. Alles nur durch eure Unterstützung. Das wird mega, 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 mega cool, Leute. Also wirklich. Ich kann mich gar nicht... Ich kann mich nicht mehr halten, Leute. Ich wollte einfach mal mit euch noch ein wenig drüber reden. Leute, ihr kennt mich. Ich bin kein YouTuber, der gerne Sachen streckt. Ich möchte euch lieber entertainen. Äh, kurzweilige Sachen machen. Nicht so, dass ihr euch langweilt. Und ich möchte, dass ihr euch freut auf meine Videos. Jedes Mal, wenn ihr die Benachrichtigung bekommt, dass ihr denkt, geil, Alter. Erstmal draufklicken. Das möchte ich. Das ist mein Ziel. Und ich hoffe, das schaffe ich auf jeden Fall. Wirklich was krasses momentan ist. Es ist einfach wirklich, wenn so ein Video von mir online kommt, zwei Minuten hat das einfach schon über so 20.000 Aufrufe. Das ist einfach verrückt. Also wirklich. Ich bin einfach mega froh. Aber ich bin noch lange nicht an meinem Ziel. Ich werde das auf jeden Fall immer weitermachen. Und ich hoffe, diese Kamera tut auf. Ja, nice. Ah, Leute. Einfach mega, mega krasse Zeit, die auf jeden Fall auf uns zukommt. Ich bin echt hyped. Ich werde jetzt ein wenig wieder in meinen Whirlpool gehen. Denn heute ist der letzte Tag, wo das Wasser noch frisch ist. Denn morgen ist das leider schon wieder umgekippt. Wir haben leider keinen Whirlpool, der sich automatisch reinigt. Hey, Moritz hat natürlich kein YouTube-Money dafür. Spaß, Leute. Egal. Gut, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Infovideo, würde ich es nicht nennen, weil es war einfach mal dieser komplett Geisteskampf. Ich wollte einfach mal mit euch meine Sachen teilen. Wir sind so kurz vor den 200.000. Es muss auch mal Zeit werden, mit euch ein bisschen als Community zu reden. Einfach mal hilfzusetzen und zu labern. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig vom Alltag ablenken, Leute. Das ist auch mein Ziel. Einfach euch inspirieren, eigene Sachen zu machen, Leute. Und beende ich dieses kleine Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinen Instagram-Account vorbeischaut. Leute, at DasHeyMoros heiße ich da. Haut rein. Wir sehen uns. Und ich gehe jetzt in meinen Whirlpool. Ciao. Ich gehe jetzt in meinen Whirlpool. KIA! KIA!